Wir starten unsere heutigen Blu-Ray-News bei Amazon.com. Dort ist nämlich die Star Trek The Next Generation 4 Movie Collection endlich mit einem Vorschaubild gelistet. Und ja, das kann sich mal richtig sehen lassen. Zuletzt habe ich euch ja die Teile der Next Generation in Deutschland gezeigt, eben die Keepcase-Varianten. Und auch bei uns in Deutschland ist diese Collection angekündigt. Und da dürfen sich Star Trek-Fans auf jeden Fall auf eine schicke Box von Paramount Pictures freuen. Angekündigt ist diese Box dann auch zum Beginn des Aprils, ich meine 4. April. Dann haben wir hier noch was richtig Interessantes und zwar Living with a Chucky. Das ist eine Dokumentation aus dem Jahre 2022. Und hier werden sämtliche Stars, Leute, die mitgearbeitet haben an den Chucky-Filmen der Chucky-Serie befragt, wie sie das Ganze erlebt haben, wie sie mit Chucky groß wurden sozusagen. Also eine richtig tolle Dokumentation. Und bei Amazon.com ist hier auf jeden Fall diese Dokumentation gelistet auf Blu-Ray. Mal gucken, ob das Ganze zu uns kommt. Wenn schon die Serie nicht zu uns kommt, echt schade. Aber für Chucky-Fans wäre das mit Sicherheit etwas richtig Tolles. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung den IMDb-Eintrag. Da könnt ihr euch da zumindest mal den Trailer angucken. Macht auf jeden Fall Laune. Weiter geht es mit ein paar Mediabooks. Und zwar hatten wir angekündigt von Cape Light Pictures die deutsche Oscar-Hoffnung 2023. Nominiert für neun Oscars namens im Westen nichts Neues. Die werden den Film eben im 4K Ultra HD plus Blu-Ray Mediabook veröffentlichen. Darüber habe ich berichtet. Ich habe auch darüber berichtet, dass sie noch eine internationale englische Version rausbringen werden. Also mit Cover auf Englisch und auch das Booklet dürfte auf Englisch sein. Natürlich, das muss man mal mitnehmen, wenn sich sowas schon ergibt. Und dann auch die internationalen Fans und Interessenten ansprechen. Ist doch ganz klar. Und was cool ist bei Amazon, da haben wir hier noch ein weiteres Vorschau-Bild eben. Und da können wir schon einen Blick ins Innere werfen. Wie zumindest auch die Discs gestaltet werden. Und hier Seite 14 haben wir dann auch schon mal mit dem Text hier abgebildet. Also das ist doch eine tolle Sache. Weiter geht es mit Play-on-Pictures. Die haben auch ihr Line-Up für den Monat Juni bekannt gegeben. Da warten wieder einige interessante Veröffentlichungen auf uns von neuen Filmen und auch von älteren Filmen. Mit Old Man haben wir hier zwar einen alten Mann, aber einen neuen Film mit Stephen Lang, bekannt aus Don't Breathe natürlich und Avatar. Und hier erscheint dann zum 29. Juni 2023 ein 4K Ultra HD. Mediabook, wie wir sehen können, inklusive HDR und Dolby Vision. In dem Film geht es eben um den Charakter von Stephen Lang. Der lebt zurückgezogen in einer Waldhütte. Und eines Tages klopft da ein Mann an seine Tür, sagt, er hätte sich in den Wäldern verlaufen und bittet um Hilfe. Hier unser alter Mann ist aber richtig paranoid, fragt ihn da komplett aus, was ist da los. Und ja, nach einem Verhör sozusagen einigen sie sich darauf, dass sie einander nichts tun. Doch dann kommt so nach und nach immer mehr ans Licht. Und es scheint, als würde unser alter Mann hier ein dunkles Geheimnis verbergen. Also ich freue mich auf den Film, 29. Juni 2023. Dann hätten wir noch einen älteren Film, nämlich Quiet Earth. Das letzte Experiment. Hier geht es um einen Wissenschaftler, der bei einem Experiment mitmacht, wo man versucht, die Energiekrise zu lösen. Er wacht dann ein paar Jahre später auf und stellt fest, dass die Menschheit hier komplett ausgerottet ist. Zumindest ist er allein auf dem Planeten, glaubt er vorerst, trifft dann aber noch auf zwei weitere Überlebende. Und die versuchen dann, Nachforschungen anzustellen, wie es denn dazu kam. Jo, der Film stammt von 1985, also ist schon etwas älter und erscheint dann zum 15. Juni 2023 hier ebenfalls in einer Blu-Ray-Plus-DVD-Media-Book-Variante. Dann hätten wir noch The Hills Have Eyes Part 2 sozusagen. Die Fortsetzung des Wes Craven-Klassikers, ebenfalls von Wes Craven. Auch der Film erscheint hier in einer Sonderedition. Wenn wir hier runtergehen, haben wir hier Digi-Pack dran stehen. Und da dürfen wir uns eben auf eine Blu-Ray und DVD freuen. Als Tonspur haben wir eine DTS HD Master Audio 2.0 bzw. auf DVD Dolby Digital Tonspur 2.0 vorhanden. Leider gibt es noch kein Cover, aber das wird mit Sicherheit bald bekannt gegeben. Und dann werde ich nochmal darüber berichten. Wicked Vision hat ja zuletzt eine Woche lang nur neue News rausgehauen, wo es um Filmankündigungen für dieses Jahr ging. In diesem Zuge hat man dann auch noch angekündigt, den Streifen Die Stunde der Kobras von 1986 zu veröffentlichen. In zwei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Es wird eine europäische HD-Premiere sein. Die erste deutsche digitale Veröffentlichung. Wir haben ein 24-seitiges Booklet mit einem Essay von Christoph N. Kellerbach. Außerdem noch einen Audiokommentar mit Dr. Kai Naumann und Oliver Hamm. Und wir haben dann hier einen Film, wo es um eine Straßengang, die Kobras eben geht, die eine Highschool terrorisiert. Doch dann stellt sich ein Ex-Mitglied ihnen entgegen und der Vorverkauf startet dann hier Mitte März. Und die beiden Cover können sich auf jeden Fall hier absolut sehen lassen. Dann haben wir noch eine weitere Ankündigung und zwar Slave Girls from Beyond Infinity. Ja, der Film hat es dann auch natürlich zu Schlefatz geschafft. Stammt von 1987 und die Schlefatz-Fassung, die gibt es dann hier ebenfalls mit dazu. Bei dieser Veröffentlichung in drei verschiedenen Cover-Varianten und auch die sehen richtig knackig aus. Gefällt mir sehr gut. Auch hier hinten musste man ein bisschen was zensieren. Da geht es um die beiden jungen Damen, die aus einem Gefängnis im Weltall entkommen können, dann auf einem fremden Planeten landen, dort sich einen Menschenjäger stellen müssen und dann in einem Spiel hier nur mit Messern bewaffnet im Dschungel ums Überleben kämpfen. Also sehr trashig. Hat jetzt auch nicht die beste IMDb-Bewertung mit 4,4 von 10. Also wundert einen nicht, dass das Ganze im Zuge dieser Schlefatz-Reihe eben von Oliver Kalkofe drangenommen wurde. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Veröffentlichung, die bestimmt ihre Freunde finden wird. Veröffentlicht soll das Ganze dann zum 14.04.2023 werden und der Vorverkauf startet dann hier ebenfalls ab Mitte März. Weiter geht es mit Wicked Vision und neben den ganzen Action-Horror-Splatter-Filmen, die sie veröffentlichen werden, geht es ab dem 24. März dann auch etwas prickelnder weiter und zwar mit der Ordinary Dreams Collection Nr. 6, The Key, der Schlüssel von Tinto Brass. Hierzu wird es einen Schuber geben, einen Sammelschuber mit Spotluck veredelt. Der ist von der Größe dann auch genauso groß wie die aus der Black Cinema-Reihe und auch passend zur Puppet Master Box. Also da hat man sich natürlich Gedanken gemacht. Das Ganze hat man noch näher ausgeführt und weiter ausgeführt in dem Livestream vom letzten Jahr, den ich zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Played Soccer Reviews mit Wicked Vision eben abhalten durfte. Und dort wird noch einiges zu dieser Veröffentlichung erklärt. Und falls ihr möchtet oder euch dafür interessiert, dann guckt da gerne nochmal rein. Ich verlinke euch selbstverständlich diesen Stream nochmal unten in der Videobeschreibung. Außerdem ist jetzt im Shop verfügbar zur Vorbestellung auch noch Monster Man. Ja, darüber habe ich ja zuletzt berichtet. Und genauso verhält es sich dann auch noch mit Der Tiger, Eye of the Tiger. Und auch der Film erscheint dann hier zum 24.03.2023. Am selben Tag erscheint dann auch noch die 1980er Slasher-Perle New Year's Evil. Die wollte man eigentlich schon zum Jahreswechsel bringen, hätte sich natürlich angeboten. Aber da gab es leider produktionstechnisch ein paar Schwierigkeiten. Dafür erscheint der Streifen jetzt dann eben zum Ende März in drei verschiedenen Mediapock-Cover-Varianten. Das Ganze haben wir dann auch gelistet bei JPC. Da haben wir das Cover auch ein bisschen größer von Cover-Variante A, B und auch C. Auch diese Cover können sich natürlich sehen lassen. Hier geht es um eine Sängerin der New Punk-Wave-Welle, habe ich vorhin gelesen. Und die soll zum Jahreswechsel dann ein großes Show-Event modellieren. Und da werden auch eben ein paar Zuschauerwünsche angenommen. Und da meldet sich dann ein Mörder namens Evil, der dann ein paar Morde ankündigt, die er jeweils bis zum Silvester hin um Mitternacht in den jeweiligen Staaten in Amerika hier durchführen möchte. Die Sängerin arbeitet sich dann von Ost nach West sozusagen durch und die Sängerin soll dann am Ende sein letztes Opfer werden. Die Polizei glaubt natürlich erst gar nicht daran, aber als dann doch einige Morde passieren, wird die Sache ziemlich ernst. Jo, 24.03.2023, 34,99 Euro bei JPC oder eben 31,95 Euro bei Wicked Vision. Da kommen leider noch Versandkosten mit dazu, aber dort bekommt ihr auch noch etliche Gimmicks immer dazu, wenn ihr was bestellt und könnt so das Label auch am besten unterstützen. Zum 29. Mai 2023 veröffentlicht dann die Bush Media Group Ebola-Syndrom aus dem Jahre 1996 in vier verschiedenen Mediabock-Cover-Varianten. Die fallen recht unterschiedlich aus und zeigen immer wieder ein paar Szenen aus dem Film. Und da sieht man, dass das Ganze richtig derb und heftig ausfällt. Auch die Spio JK-Freigabe weist darauf hin, dass es da schon recht heftig zur Sache geht. Wie gesagt, der Film stammt aus dem Jahre 1996, handelt von einem gewalttätigen Restaurantmitarbeiter, der in Flagranti mit der Frau seines Chefes erwischt wird, wird dann nach Afrika flieht, dort sich mit dem Ebola-Virus infiziert bei einer Vergewaltigung. Und da er immun ist, kann er ja aber einfach so nach Hongkong wieder zurückreisen, löst dort aber eine Epidemie aus. So zumindest der Inhaltsangaben-Text, wie gesagt, schaut recht derbe aus. Und damit soll es das gewesen sein mit den heutigen Blu-Ray-News. Es gibt noch ein paar Ankündigungen, die nehmen wir dann morgen oder übermorgen dran. Dann sind wir auch wieder auf dem aktuellsten Stand. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.